Eklat um Kendall Jenner, Affäre mit Kylies Freund Travis Scott? Zerbricht jetzt die Familie? Einhalb zerstört eine Affäre mit Kendall Jenner die Beziehung von Travis Scott und Kylie Jenner? Zweihalb Kendall ist für sie gestorben, weiß ein Insider. Einhalb zerstört eine Affäre mit Kendall Jenner die Beziehung von Travis Scott und Kylie Jenner? Keine leichte Zeit für Kylie Jenner, 21. Die frisch gekrönte Selfmade Milliardärin musste gerade erst die Affäre ihrer BFF Jordan Woods, 21, mit dem Freund ihrer Schwester Chloe Kardashian, 34, verkraften. Doch jetzt kursieren neue unglaubliche Gerüchte um ihre Familie im Netz. Hatte Kylies Schwester Kendall etwas mit Travis Scott? Es wäre der zweite Super-GAU für Kylie. Gerade erst kam heraus, dass ihre bis dato beste Freundin Jordan Woods eine Liaison mit Tristan Thompson, dem Freund ihrer Schwester Chloe, hatte. Die Affäre führte zum Zerwürfnis zwischen den BFFs Jordan und Kylie. Doch als sei das nicht schon schwer genug für die junge Mutter, soll ihre Sis Kendall laut Live & Style etwas mit ihrem Freund und Vater ihrer Tochter, Travis Scott, gehabt haben. Pikant, die Liaison soll stattgefunden haben, bevor sich die 21 Jahre alte Make-up-Unternehmerin in den Musiker verliebte. Dennoch soll es ein Schock für sie sein, zu erfahren, dass ihre Schwester mit ihrem Freund geschlafen haben soll. Unwahrscheinlich scheinen die neuesten Schlagzeilen nicht zu sein, denn tatsächlich waren Kendall und Travis befreundet, lange bevor Kylie ins Bild kam. Sie wurden Insidern zufolge Friends with Benefits, Freunde, die auch miteinander ins Bett gehen. Die beiden wurden auf der Party zur Veröffentlichung seines Albums zusammengesehen und auf ihrem 21. Geburtstag 2016 aßen sie zu zweit in einem Restaurant in New York, und Anfang März 2017 schlenderten sie gemeinsam durch Paris. Kylie verliebte sich nach Kendall in Travis. Wenig später sollen sich dann Kylie und Travis verliebt haben. Nur drei Wochen nach dem Kennenlernen zeugten sie Tochter Stormi. Für Kylie sei es nur schwer zu ertragen, dass Kendall Sex mit dem Vater ihrer Tochter hatte. Meint ein Freund. Kylie selbst fing an, sich mit 17 die Lippen aufzuspritzen, nachdem ein Junge sich über ihren schmalen Mund lustig gemacht hatte. Plaudert der Bekannte aus. Sie habe sich jetzt von Kendall distanziert und kontrolliert Travis' Handy in einer Tour. Der Grund, Kylie hat provozierende Fotos von Kendall und Travis gefunden und ist ausgeflippt. Sie hat Freunden gegenüber gesagt, ihre Schwester ist für sie gestorben. Besonders fies, Travis soll seinen Kumpels verraten haben, dass Kendall mehr Persönlichkeit im Bett hätte als Kylie. Autsch! Diese Artikel könnten dich auch interessieren, Kylie Jenner, krass! Das hätte ihr niemand zugetraut, Kylie Jenner, fremd die Drama um Travis Scott. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.